Jungs, es wird Zeit für den Nether. Wir gehen zusammen rein in 3, 2, 3, 2, 1, rein! Es mussten super viele Stunden investiert werden in diese Challenge. Wir haben uns mittlerweile ein riesiges Imperium in der Luft aufgebaut. Denn für uns geht es in dieser Challenge nur nach unten und kein einziges Mal nach oben. Sollte sich unsere Y-Koordinate ein einziges Mal erhöhen, sind wir sofort tot und müssen wieder von vorne anfangen. Nach über 8 Stunden haben wir es jetzt erst in den Nether geschafft. Und die wahre Schwierigkeit der Challenge erwartet uns erst. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie wir unsere Taktik eventuell noch verbessern können. Was würdet ihr anders machen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Oh Gott, okay. Es ist okay, es ist okay. Erstmal sichern, dass erstmal kein Slime hier reinkommt. Basalt Delta, nicht geil, aber Höhe 80 ist okay. Es ist wirklich okay. 80 ist eine gute Höhe für eine Fortress, for real. Also wenn wir jetzt auf 40 oder so gespawnt werden, das wäre wirklich, wir hätten lange nach einer gut geeigneten Festung suchen müssen. Auf jeden Fall Abstand zum Ersten haben. Oh, links. Habe ich gehört? Piglin, ja. Über uns. Mindestens zum Vordersten immer wirklich 10, 15 Blick Abstand haben. Oh, hier ist ein Warp Forest. Warp Forest, Crimson Forest. Ich sehe es raus. Oh mein Gott. Hier, also hier auf dieser Höhe müsste Warp Forest sein. Also ich glaube, und wir könnten uns rein, tut es halt diese Enderman hier rein teleportieren lassen. Ja, halt for real. Oh mein Gott, perfekt. Wir würden aber Netherite gefunden. For real, Ancient Debris. Ancient Debris, ja. Wo ist der andere aber? Der andere können wir zur Not ja auch noch gleich holen, weißt du? Dankeschön. In dem Eck hier hinten ist er. Man, das juckt ihr nicht so, ne? Nicht wirklich. Aber ich glaube, auf dem Spot hier könnten wir auf langen Zeit schon irgendwie in der Pärren fahren, wenn man sich hier weiter reinbaut und so weiter. Oh Gott. Alles gut. Ei, 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 ei. Mein Gott. Oh Mann. Oh, guck mal. Okay, das ist mal ganz... Fashion haben wir. That's true. Das ist sogar eine, probably eine Treasure. Guck mal, also guck mal hier an die Richtung. Das ist doch ne Festung! Neben dem Warp Forest. Wir gehen jetzt, okay, ich weiß, wo wir lang müssen. Wir gehen zurück, Warp Forest bauen wir uns durch und dann kommen wir in ne Festung. Die Höhe ist perfekt, sie ist auf Höhe 70 oder so. Dann fliegen die Blazes hoch zu uns. Wir können sie killen und können ganz entspannt über Höhe 80 wieder zurückgehen. Okay. Laut meiner Berechnung sollten wir, wenn wir jetzt hier uns durchbauen sollten, sollten wir bei der Festung rauskommen, ungefähr. Also, ja, Jungs, also der Warp Forest ist ja insane. Wow, okay. Ich würde dann zum Enderman Farm auch tatsächlich hier die Plattform nochmal so zwei Blöcke oder so später breiter machen und dann einfach überall auch ein Dach für uns machen, dass wir dann einfach sicher sind. Dass wir dann einfach nur fünf Blöcke breiten Radius haben, also Rand und dann einfach in der Mitte halt ein Dach und dann kann uns eigentlich legit nichts passieren. Ey, Jungs, wenn mein Plan jetzt nicht aufgeht, ne, aber da ist hier die Festung. Alter, wie sie da so steht einfach, ne, halt nur das auf. Geil. Ich darf auch? Boah. Die Füßlein da unten. Ja. Ich würde jetzt trotzdem nochmal einen Bogen laufen. Okay, Jungs, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Blazes von hier auch schießen. Macht mal unter uns, äh, macht mal auch jetzt auch den unteren Block. Angelt auch die Blaze-Rots irgendwie so in die Richtung, wo sie am Ende hinauslaufen. Ich glaube, dass wir am Ende angeln und wahrscheinlich auch noch Gravel brauchen, aber wenn wir erstmal die Verbindung jetzt hier hergestellt haben, dann haben wir erstmal einen ganz, ganz, ganz großen Jackpot, meine Damen und Herren. Und diesen haben wir jetzt. Jungs, seid ihr zufrieden? Ja. Unter uns, also wir könnten uns genau so jetzt momentan hier abbauen, dass wir reingucken können in die Festung. Ich würde jetzt aber aktuell noch nach einem Spawner weitersuchen, irgendwie sowas, und dann mal gucken. Oh mein Gott. Jungs, gönnt euch das mal. Das ist eine Traumlandschaft. Und Spawner direkt da drunter, ne? Ja. Hast du den gesehen? Alter. Aber der Spawner ist ganz schön tief. Ich würde lieber auf den höchsten Punkt gehen und der höchste Punkt ist woanders. Passt auf, wir gehen mal hier. Aber seht ihr, wo ich hin möchte? Auf das Ding da oben? Mhm. Das ist der höchste Punkt der Festung jetzt momentan. Das ist noch ein Spawner. Pass auf, pass auf, pass auf. Der ist noch nicht aktiviert. Oh, Blaze, Blaze, Argo, Vorsicht. Ich weiß nicht auf wen, aber auf dich, Stegi. Auf Stegi, auf Stegi. Stegi, bleib da, wo du bist und block. Kannst du den Treffnummer? Ja, kann ich. Ja, das ist go. Oh, ganz los. Jetzt hast du den. Oh, ja, gedroppt. Und sogar gedroppt. Ja, aber da kommen wir nicht ran. Ich denke, also ich würde immer wieder den Chunk ganz gerne nicht... Schauen wir das mit der Angel bis hier hoch? Ich weiß nicht so ganz. Also, wir hätten mehr Gravity-Blöcke gebraucht. Ja, Gravity-Blöcke sind halt echt, glaube ich, the key. Lass uns mal einfach zusammen jetzt... Guck mal, da ist zum Beispiel eine. Ja, guck mal, ist unter mir. Über euch? Vielleicht könnt ihr den Boden unter die bauen jetzt, wenn... Ja, aber das ist sehr riskierend. Oh, jetzt, jetzt. Geil! Let's go! Wie das sah so eine Perspektive aus? Hast du die mit der Angel reingezogen? Ja, ja, ich hab die mit der Angel reingezogen. Das sah so cool aus. Let's go, Nermi. Wenn wir eine Blaze-Rot so hinbekommen haben, dann können wir auf jeden Fall auch hunderte so holen. Es dauert nur Zeit. Dann sollten wir echt probieren, über jeden Gang, über jeder Brücke quasi, oben noch einen anderen Gang zu haben von uns, oder? Eine Brücke quasi? Probably, ne? Ich glaube, aber es ist wichtig, dass wir zusammen immer die Chunks entladen und neu laden, oder? Ja, auch das auf jeden Fall. Äh, schaut mal oben auf den Turm. Ja, die, glaube ich, die sind ein bisschen leckerer. Die beiden sind jetzt auf jeden Fall hoch genug. Oh Gott, drei Stück da. Aber das wäre jetzt stark, wenn wir halt schon genug Gang hätten. Ja. Oh, die ist oben gelandet. Scheiß drauf, das passt dann schon, oder? Von hinten auch noch. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Komm zurück, komm zurück. Oh Gott, Basti. Direkt hoch. Nein, scheiße. Guck mal, wir können den Block hier abbauen, wenn du genug Gerzen hast. Ja, mach das. Da schwebt dann direkt eine hoch. Ja, mach das. Mach oben die Decke auf. Ja, oder warte mal. Oder, ne, wir töten einfach. Und dann. Oh, sorry. Ah, sehr gut. Oh, nice. Oh, passt dann. Nice. Let's go. Sehr, sehr gut. Oh, Jungs, da sind jetzt sehr viel auf unserer alten Brücke. Seht ihr das? Auf der Alt war er hoch, oder? Vier Stück. Es wurde unter. Ja. Ab. Vier Stück. Let's go. Nein. Das sieht so geil aus. Ich lieb's. Irgendwie jetzt bauen sie. Hat ich gedroppt, oder? Nee, nee. Ihr müsst auch rechts da euch ein bisschen noch aufmachen. Okay, oder? War schön. Oh, slap, pass auf, pass auf. Vor dir ist ein Slap. Lauf lustig runter. Okay. Oh, mein Gott. Let's go. Boah, Junge. So hoch. Was will er denn da hinten? Hallo. Volli, wartet ihr auf mich? Ich habe auch das, was ihr wollt. Das ist so geil geklappt. Und sogar auf der gleichen Höhe wie das Portal. Ja. Also über strong. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, bitte drop. Ah, leider alles. Nichts, oder? Schade, schade. Gucken wir hier links einfach picklen. Haben wir genug Gold, um zu traden? 16 Gold, ja. Oh ja, das ist ein... Können wir halt echt probieren, ne? Wollt ich auch sagen. Ich habe auch noch ein bisschen was. Wartet. Juckt ihr nicht. War der scheiß Gold, denkt das nicht. Blaze irgendwo? Blaze. Ja. Enderpellen hat Enderpellen geworfen. Echt? Ja. No way. 4 Enderpellen gedroppt. Einfach erste Gold, was er gegeben hat. Dicker, ist das insane. Das ist krass. Hier ist auch nochmal ein Piglin. Also mit dem können wir vielleicht traden auch. Dicker, kann der mal Platz machen? Wie groß der wirkt. Vor allem, die haben auch Angst vor dem Zombie-Fight-Pigman. Deswegen rennen die ja immer wieder weg. Dicker. Hör mich schnell aus. Mach mal hier den Kabel an der Seite. Wenn er jetzt hochkommt, dann ziehen rein. 6. Alter. Alright, wir haben 6 Stück, Jungs. Lass uns mal hier mit dem Piglin nochmal das restliche Gold verballern. Und dann würde ich sagen, wir wollen ja vielleicht eh ein paar mehr, wenn wir vielleicht noch brauchen. Ein paar Spirka-Eros wären da geil, ne? Ja, und Obsidian. Ich habe auch schon 2. Und Gravel haben wir auch bekommen. Ist auch nicht schlecht. Ja, richtig gut. Ich habe 3 Ender-Perlen auch, ne? Als offener. Ich weiß nicht, ob ich die tue vorher. What? Wir haben jetzt halt 10. Wenn er jetzt Ender-Perlen droppt, dann ist es in 10. Oh, auch kein schlechter Drop. Wir haben 6 Blaze-Rots. Habt ihr zufälligerweise noch eine im Inventar? Leider nein. Okay, das ist aber nicht schlimm. Ich würde sagen, lass uns auf jeden Fall mindestens noch 2 oder 3 dazuholen. Denn wir werden vielleicht das ein oder andere Ender-Auge beim Werfen auch verlieren. Und mit der Angel-Taktik, denke ich mal, werden wir einfach die ein oder andere Blaze mal ranholen. Gas, Frau Basti. Aber der ist stuck in der Lava. Und Blaze direkt unter uns. Nummer 7. Ey, Junge, das war so ein cleaner Hook. Da hast du sie geholt? Na ja, klar. Ich habe sie so smooth rangezogen. Yo, ich war im Film, hab dich gesehen. Ich mach dir breiter, okay. Ich mach links auch auf. Aufpassen. Sie ist unter uns. Okay, von mir aus können wir aufbauen. Ich mach. Pass auf. Kabel-Stone gefährlich. Okay, sie ist straight unter uns. Ich habe neue Perlen. 4 Stück. Als ob. Alter. Sehr gut. Haben beide nicht gedroppt. Oh mein Gott. Beide haben nicht gedroppt. Egal, dann muss ja die nächste. Lass sie nochmal schießen. Ich gebe ihr nochmal einen Hit. 8. 8. Let's go. Die war sauber gespielt. Aber ich würde nochmal, also wirklich 9 oder 10. Ich würde, also wir wollen ungern, denke ich mal, wieder zurückgehen. Und so wie wir es momentan machen, ist ja sicher super in. Ja. Und wir haben jetzt keine Essensprobleme. Alles gut. 9 Stück. Freunde. Damn, es läuft. Das ist sehr, 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 sehr gut. Oh, guck mal was hier. Hier machen wir auf. Oh, geil. Oh, es sind aber 3 Stück. Es sind nicht 3, es sind 2 neue Enderpurs. Oh, cool. Ja, komm doch. Liegt doch hoch, hä? Was ist los? Oh, was? Hab. 10 Stück. Schillig. 10 Stück. Das ist geil. Sehr gut. Aber wenn wir halt sagen, wir wollen auch nochmal fermentierte Spinnenaugen oder eventuell, ne, ihr wisst schon, ne, Zombie Fight Villager zu einem Villager machen und euch eigentlich nochmal mehr Pfeile geben. Also, wir haben gerade, glaube ich, beide 16 Pfeile oder so. Wäre ich gar nichts. Also, wir sind halt vermutlich gar nicht mal in der Lage, vielleicht dem Drachen Melee Damage zu machen. Und wenn ihr beide dann halt keine Pfeile habt, dann sind wir eigentlich am Arsch. Wir können aber auf jeden Fall auch noch Glowstone mitnehmen und euch dann, ja, normale Pfeile zu Spektralfeilen machen und damit auch nochmal verdoppeln. Oder, das ginge halt natürlich auch, Unendlichkeit, Infinity Buch, Liberian, ne? Also, ich sag's so. Wir haben jetzt 10 Blazerots. Damit, wenn wir traden wollen, müssten wir zwei Blazerots opfern. Einen für den Brewing Stand und einmal noch für Powdern, damit wir überhaupt brauchen können. Dann hätten wir immer noch 8 Spare, sprich 16 Ender Augen. Nach meiner Einschätzung genügend. Und ganz ehrlich, ich glaube, bevor wir irgendwas werfen, werden wir so oder so nochmal dreifach sicher gehen. Ich würde Expedition Nether damit als erledigt ansehen. Und würde sagen, wir sind wieder bereit für die Overworld nach 10,5 Stunden. Oh, ich bin hier raus. Ey, wir haben es geschafft. Also, wenn wir raus sind. Aber es sieht momentan sehr gut aus. Oh, die Luft. Trocken und mesermäßig. Endlich. Ich würde jetzt erstmal sagen, Jungs, hier sieht es echt ganz schön leer aus. Als wenn hier jetzt schon länger keiner mehr war. Kars, was ist denn los? Hast du irgendwie keine Konditionen mehr? Ich muss mir was zu essen holen. Ihr habt ja nichts mitgenommen. Ich würde sagen, wir werden auf einen Zombie-Villager warten und dann wirklich zombifizieren. Jetzt ist nur die Frage, ist es notwendig, notwendig? Wir können auch sagen, dass wir ohne Villager, also ohne Villager ist natürlich krass, kriegen wir aber rein theoretisch hin. Wir haben es jetzt soweit auch geschafft, überhaupt ohne Villager. Wir können auch sagen, dass wir jetzt erstmal Ender Augen werfen und dann Final Equipen. Das klingt schon sehr exciting. Ja, das klingt schon geil. Das könnte schon was werden. Ich würde jetzt ein Ender Auge werfen. Ich würde jetzt das erste Ender Auge werfen und mich in die, also mit euch dann in diese Richtung begeben. Dementsprechend, Jungs, ein magischer Moment. Die ersten beiden Ender Augen wurden gecraftet. Nach fast elf Stunden Ender Auge Nummero eins, Nummero uno, El Primär. Es wird am Ende, bevor es landet perfekt auf dem Gang. Jungs, es geht ans Eingemachte. Okay. Südosten. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir bauen das erstmal in diese Richtung. Mindestens 1000 Blöcke. Dorf. 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 Auf unserer Höhe. Maybe, maybe, maybe. Weiter, weiter, weiter. Ich sehe bis jetzt nur Häuser, die unten sind. Weiter, 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 weiter. Da oben. Da sind doch locker noch Häuser dahinter, oder? Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Ich bin so gespannt. Was ist das für ein komisches Dorf? Was ist das für ein kleines... Was ist das für ein Mesabiom? Was ist das? Was ist das für eine Insel? Das ist echt einfach eine Insel. Aber das heißt auch so, dass wir nicht abhauen können. Du musst dran. Du willst wechseln. Stegi! Ja? Komm jetzt hierher. Ey, aber da hinten, die, äh, über den Brunnen, die sind echt nicht so tief. Alright. Jungs, ihr seht, was ich sehe, ne? Was? Villager. Ich würde sagen, wir machen die Sand-Taktik, oder? Immer so, dass er in den Füßen, mit den Füßen da drin steckt. Und dann Angel. Und dann, während er in der Luft ist, hauen wir einfach so, halt, vier, fünf Sandblöcke drunter. Wollen wir sicherheitshalber hier mal, ähm... Ey, wir testen mal. Hä? Wow! Hä? Was ist das für ein... Ja, ich habe nichts gemacht. Okay, retalk, retalk, retalk. Dann jetzt einfach ne Sand, ne Gravelfläche, so zwei Blöcke unter uns. Dann fliegt er da rauf. Also, wir brauchen halt einfach ne Fläche auf Höhe 106. Also, das reicht ja schon. Jetzt können wir es basically, also so machen. Das ist jetzt mein, weißt du? Ja. Und wenn er jetzt einfach hochfliegt, könnt ihr ja einfach... Also, ich ziehe hoch und ihr platziert da, oder? Ja. Doch, schau mal, wie perfekt der da steht. Junge, warte mal, warte mal. Ja, ich ziehe den, ich ziehe den. Genau, das ist schon mal gut, Stegi. Ich könnte, ich könnte, ich mach's, ich mach's. Okay. Nein! Oh nein! Ich hab den Block bei mir geplatziert. Oh, was? War so knapp. Und wie war da ein Block? Aber er war ja eh nur ein Farmer, ey. Wir hätten jetzt seinen Beruf gar nicht wegnehmen können. Oh, warte, warte, warte. Hier ist gerade einer oben bei uns. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Mach schnell. Oder? Nein. Was? Ich wollte rüberboosten, schau mal vor. Der wurde jetzt... Alter. Nein. Nein. Das gibt es doch noch. Wasser, place Wasser. Place Wasser hier in die Ecke. Bleib hier! Bro! Er kann nicht... Oder er kommt hoch. Oh, ne, doch, ne. Aber so ist schon gut, wenn du ihn von da ziehst, glaube ich. Vielleicht kriegen wir dann sogar auf die Plattform drauf. Ich glaube, jetzt... Wenn ich ihn jetzt ziehe, soll er... Ja, 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 ja. Hoch, hoch, hoch. Ja, 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 er muss hier hoch. Bitte, bitte, kannst du noch mal... Nein! Wo ist er? Er zieht runter. Er schwimmt, er schwimmt hoch. Er schwimmt hoch, er schwimmt hoch, er schwimmt hoch. Er schwimmt, der ist hier runter. Digga, er hat sich selber umgebracht. Alter. Er will... Er will nicht zu uns. Da, 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 am Brunnen. Hab ihn. Ich brauche euch jetzt, Jungs. Ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt. Achtung. Ja. Jetzt, jetzt, an! Nein, der war doch perfekt. Gibt es nicht. Der andere ist aber auch da. Ich ziehe ihn jetzt, ich ziehe ihn einfach. Oder, seid ihr ready? Nee, eigentlich nicht. Also hier... Ich weiß nicht, wo... Nee, aber er landet im Wasser, er landet im Wasser. Mach mal. Mach mal wieder hin. Jetzt... Ja! Let's go! Nein, 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 einbauen, einbauen. Irgendwie einbauen. Alter. Wir haben ihn! Let's go! Geil, Jungs! Geil, das war geil. Können wir das nochmal machen? Oh mein Gott, nicht einmal hauen, der ist One-Hit. Ich schwöre, der ist One-Hit. Oh, let's go! Oh mein Gott, das ist halt einfach unser Fletcher, Jungs. Wir haben einfach... Wir haben straight up den Fletcher. Damit werden wir uns jetzt die restlichen Pfeile, die ihr brauchen werdet, ranholen. Direkt richtigen Trade, Jungs. Oh, die ist eher geil. Und er ist gelockt. Lecker! Let's go! Oh mein Gott. Wir können diesen Luxus halt auf jeden Fall eigentlich noch genießen. Also ich würde halt einen Toosmith gar nicht verkehrt finden, aber müssen wir abwägen, ob das halt überhaupt sinnvoll ist. Ich glaube, wir sollten schon erstmal weiterbauen oder eventuell ein Auge werfen. Ich würde hier werfen und wenn es dann bei euch landet, was ja dann heißen würde, wir gehen weiter in die Richtung und wenn es zurückfliegt und dann runterfällt, ist ja nicht schlimm. Dann wissen wir, was zumindest. Zweites Ende Auge! Oh. Ähm. Oh, das können wir fangen. Schade. Dann lass uns erstmal weiterbauen. Oder wir haben gar keine Ressourcen. Wollen wir zurück zur Basis gehen und uns wieder stärken? Ja. Müssen wir klar. Ey, einfach zwei Liter verloren auf dem Weg zurück hier. Alright, it's time to mine. Neuer Angelwettbewerb. Nein. Wir angeln nur kurz, um die Dings zu reparieren. Nein. Wir brauchen Blöcke. Angel-Event. Fünf Haken hat jeder. Was? Was? Power, Punch, Mending. Kein Infinity. Kein Bock mehr. Scheiße, Feuerangel-Event. Gut, Jungs. Dann lass uns mal diesen Berg abballern. So, ich würde mich, by the way, diesmal jetzt echt über eine Timelapse freuen. Es gab keine Timelapse. Es gab also nicht die Timelapse, die ich mir vorgestellt habe. So, geht's jetzt mal bitte weiter? Ja. Es geht weiter. Alright, mit den Damen und Herren. Der Zug in Richtung Stronghold, der fällt jetzt ab. Wir sind equipped mit Steinen. Macht mal euer Inventar auf. Ja. Ich hab ganz wenig Steine nicht mehr dabei. Okay, perfekt. Also, es geht auf. Acht, Dex. Moin, Villi. Der ist weg. Ist er nicht mehr da. Villager. Doch, ist er. Boah, der uns hops genommen. Ja, kleiner Troller. Ihr kennt mich doch, Jungs. Jetzt klatscht ihn einfach um. Jungs, wir müssen auch irgendwann nochmal werfen. Warte, warte, warte. Nee, noch ein bisschen. Bis 1800 oder so. Ihr könnt da auch bei 1555 werfen. Hier. Ja, dann lass das einfach mal krachen. Ende Auge, Nr. 3. Steh, Gießt, der Auserwählte. Siehst du. Alter. Wir sollten doch nicht so krass nach Westen, oder? Ja, er macht es gerade nicht gut, finde ich. Jetzt sind wir wieder... Hier, ey. Ich baue, hier gibt Anweisungen. Jetzt sind wir diagonal, jetzt in die Bucht zu reinbauen. Und ich werfe. Echt? Okay. Es reicht. Es reicht jetzt. Oh. Oh. Hops. Mega Magier. Let's go. Ich finde, Richtung SE, der klingt sonst so krass schon aus wie Stronghold, ne? In dieser Bucht dort. Da sieht es kantig aus. Da ist ein Mindshift. Ich finde es zur Zeit für eine Werfung. Na dann, ich mach es sofort. Wer es fängt, kippt was. Nein, nein. Du wirst hier auf diesem Stein... Okay. Und ihr orientiert euch. Okay, ihr dürft jeder 10 Steine platzieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ich habe auch... Alright, warte, 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 warte. Weil ich das Ding nicht verlieren möchte. Okay, pass auf. Und... Boom. Oh mein Gott. Oh. What? Schaut mal her. Hallo, Stich. Oh, ich habe gewonnen. Ich sage euch ehrlich, wir sollten nochmal werfen. For real eigentlich schon. Also wir können... Wir haben eh welches Bär. Oh, das ist der Durchbruch. Stronghold, wir werden dich jetzt finden. Meine Damen und Herren. Das letzte Ende Auge. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Oh, oh, oh. Aber warum gehen die denn auch heute nicht kaputt? Wo ist denn das Auge eigentlich? Hier. Genau in der Mitte des Chunks eigentlich? Wah, hä? Alter! Alter! Yo, Bocaki oder wie? What the fuck? Squid Games gelernt. Hops. Alter, Trickshot! Was? Alter, jetzt muss ich so ein Bottelflip noch machen. Warte. Oder auch nicht. Ist gelandet! Ja. Let's go. Alter, wieso langsam runter? Okay, es muss dieser Chunk sein. Also ich würde hier 4,4 markieren. Und Jungs, wir werden uns langsam von dieser Höhe verabschieden müssen. Das wisst ihr. Das werden schwere Stunden sein. Weil die Eventualität besteht, dass wir vielleicht zu schnell zu tief sind und das Portal verpasst haben, ist unsere Aufgabe jetzt, das riesige Steinkonstrukt dort unten massiv auszuhöhlen. Das heißt, wir müssen uns am Rand, sobald wir auf der Decke des Strongholds sind, auf dem höchsten Punkt, werden wir uns am Stronghold am Dach entlang graben, bis wir den Portalraum von oben finden. Denn von oben können wir immer noch ins Portal reingehen. Es würde doch einen Weg geben, sich zu retten, wenn man versehentlich zu tief ist, oder? Ja, es gibt 127 andere Strongholds. Jungs, es wird Zeit, nach unten zu gehen. Man, ey, verabschiedet euch von der 107, ne? Die 107 war echt schön. Alright, ich würde einfach mal sagen, glaubt ihr, das sind 25 Blöcke? Das sind 25 Blöcke, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir droppen runter auf die höchste Stelle, oder? Fallen wir einfach. Wir fallen da runter? Nein. Sand, oder? Ja, Sand und dann abbauen unter uns. Habt ihr Sand? Nee. Nee. Ich würde einfach mal sagen, dann hole ich welchen. Oh Gott. Das ist die 78, es fühlt sich ganz merkwürdig an. Oh Gott. Viel Spaß, Fassi. Wir suchen einen anderen Strongholds. Guck in die anderen da unten. Wie du hier gehüpft bist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schon so 10, 15 Blöcke runter. Und dann gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, machen wir so ein 3x3 Feld. Jungs, ich weiß, das fühlt sich jetzt ganz falsch an. Aber ihr müsst auch verstehen, das haben wir uns jetzt halt auch verdient, hier runter zu gehen. Weil wir haben jetzt einfach 13 Stunden auf die sicherste Art und Weise gespielt. Oh Gott. Oh Gott. Echt gefährlich. Habt's zugemacht. Willst du nicht zu uns hier reinkommen oder so? Ich komm zu euch. Aber ey, ihr müsst jetzt auch drauf aufpassen, ne? Ja. Jo, jo, jo. Wollen wir nicht mal von der Höhe chillen? Ja, ich würde auf 44 gehen. Wegen 4, 4. Ah ja. Na dann, mal ein bisschen, nur mal kurz gucken. Also, ne? Einfach mal ein bisschen ausschweifen, ob wir irgendwo Stormbreak sehen. Wasser, 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 Vorsicht. What the fuck? Jungs, da müsst ihr instant gegenballern. Wirklich. Ja, Heiko. Ich konnte nicht. Wasser? Ich hab's zugemacht, so schnell wie möglich. Also bei mir hier in die Richtung ist auch überall Wasser. Also ich bezweifle, dass es hier einfach das Portal ist. Also ich sag nur so, der Stronger könnte auch 80 Blöcke noch weiter unten sein, ne? Also er könnte auch einfach auf minus 40 anfangen. Ich würd sagen, Jungs, lass nochmal 10 Blöcke runtergehen. Aber auch beim Runtergehen jetzt aufpassen, wegen Wasser, bitte, ne? Ja. Am Ende ist er bei minus 40, ja, aber dann müssen wir es ausschließen. Ja, das ist hier, also nebenan ist hier so eine Wasser-Ravine in Richtung Westen. Ich würde auch eher, wenn vermuten, dass es in Richtung Norden sein muss. Ja, glaub ich auch. Entweder Norden oder es ist halt hier. Und ich glaube, ich würde jetzt runtergehen. Das ist Quatsch, wirklich. Wir sind jetzt auf keiner... Ich würde jetzt noch weiter runter. Okay. Das fühlt sich ultra tief an, ne? Aber dass halt nochmal 80 Blöcke sind, ist schon... Unfassbar. Ich sehe aber jetzt hier auch eine Höhle. Ich habe eine Höhle. Da könnt ihr auch nochmal mit reinluschern. Hier sind keinerlei Anzeichen für Stormbricks. Und auf jeden Fall scheint das Wasser hier zu Ende zu sein. Ich denke, dass der Stronghold wirklich keine über 0 Y-Koordinate haben wird. Ich würde sagen, tiefer. Wir gehen jetzt mal runter auf 10, würde ich sagen. Ich habe ihn. Haben wir ihn. All right. Ist das der Starter staircase? Das ist jetzt die Frage. Wenn es der ist, dann ist es halt wirklich der höchste Punkt. Und dann müssen wir uns jetzt von diesem Punkt aus auf dem Dach mal einfach jetzt frei lang bauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle erstmal runter auf Karsthöhe. Von dort aus gehen wir gucken, in welche Richtung jetzt sozusagen die Dächer noch connecten. Portalraum, wie gesagt, ist der einzige Raum mit Iron Bars als Fenster. Ihr hört Lava-Silberfisch-Kombinationen. Solange man das nicht irgendwo hört oder abschätzt, dann. Ja, ich habe nämlich jetzt zum Beispiel bei mir habe ich, ich bin jetzt auf der Decke von einem weiteren Gang. Oh, das ist geil. Es macht auch Spaß, so weiterzubauen. Zwei Blöcke tiefer schon, ja. Also ich sehe jetzt auch den Verlauf, wo es dann hier weitergeht. Ich glaube, ich gehe noch einen Block runter, Jungs, ich gehe auf die 12. Das wäre auch perfekt für mich, finde ich. Aber das Gefühl, dass hier jemand von euch ist. Ja, ich bin irgendwo gleich bei dir, oder? Oder bei Stiege, ich weiß nicht. Ich höre auf jeden Fall jemanden abbauen. Ich glaube, Heiko höre ich wahrscheinlich abbauen. Ich glaube, es ist genau, also ich glaube, dass wir uns treffen. Hehehe, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ah, da bist du. Was passiert? Ach, hast du Vingernagel eingeklemmt? Ne, ja, das ist gut. Ja, also ich kann euch mal meinen Fund noch zeigen. Seid ihr hier schon mal langgegangen? Ne. So, dann kommt man nämlich hier in diesen Raum, wenn du gleich mal hier lang gehst. Oh, okay. Das haben wir hier ein bisschen. Pass auf, einfach blocken. Okay, ja, hier geht eine Treppe runter und hier geht es nochmal in eine Seite rein. Passiert irgendwas hier? Ne, komm, komm mal mit. Ähm, Stege, wollen wir nicht was lesen? Digga, wir finden die Bibliothek und du gehst weg und du sagst, jo, wir gehen weg. Also, ich hab voll Bock auf ein OP-Buch. Und? Gönnt ihr euch. Höh? Oh. Oh. Alright, wir haben für einen einen Power-5-Bow und einer könnte eine FI-4-Mending-Spitzsacke bekommen. Ja, das ist sehr verlockend. Ja, aber also Mending FI-4 auf einer Eisenspitzsacke ist schon ein harter Waste, ne? Joa. Ich mach mal ein Power-4-Buch auf meinem Bow, ja? Gönn ihn dir. Wir könnten halt sagen, dass wir zwei Blöcke tiefer gehen. Ich glaube, das wäre schon okay. Aber dann würden wir im Main-Bereich zwei Blöcke tiefer gehen, glaube ich. Oder dann würden wir sogar eher auf den Boden gehen. Ich glaube, ich würde auch eher auf den Boden gehen. Das ist hier aber der andere, das ist nicht der Boden-Boden, ne? Ich würde auf 10 gehen wollen. 1, 2, 3, 3, 3 runter. Wir wären auf 9 dann. Dann geh ich auf 10. Alright. 8 bin ich. Nee, ich hab falsch verrechnet dann. Oh Gott, ich fühle mich echt ganz oben wohl hier unten, ne? Ich höre Lava. Ich hab irgendeine... Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott, Basti, let's go. Ich hab jeden Raum, ich höre ihn. Let's go. Ich schau mich nochmal ganz kurz bei mir. Okay, wir sind dann ein zweites Portal. Okay, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Aber Jungs... Du siehst es sogar, ich komm. Ich seh es sogar. Und jetzt mal ganz kurz, auf welcher Höhe bist du, Stegi? 8. Geht bitte nicht auf die 7. Weil ich glaube, mit 7 wird es nicht mehr reichen. Boah, meet up. Ja, ihr müsst hier lang. Ey, Jungs, wir mussten 100 Blöcke runtergehen für den Stronghold, ne? Haha, ist das geil. Oho. Da ist es. Beautiful. Oh mein Gott. Ich komm runter, Zeug. Jetzt müssen wir nochmal lange vorbereiten, oder? Naja, was hast du denn so im Kopf? Einen Plan machen und so. Also Spitzhacken vorbereiten. Ja. Wenn wir dort nicht craften müssen und so. Darf ich es aber auch erst mal vorher machen, Jungs? Genießt es. Oho. Oho. Alter. Nur nach unten laufen. Kein einziges Mal nach oben. Nach 14 Stunden, 18 Minuten sind wir hier. Das war ein Grind. Das war ein Grind, Alter. Aber es könnte sehr schnell zu Ende gehen. Für den Ender Dragon. Ja, eben. Äh, hä, hä. Ich würde sagen, okay, Taktik-Besprechung. Ich mache mir erstmal eine Eisenspitzhacke mit FI 4 und Mending, um uns so schnell wie möglich dort rauszubauen. Ja, absolut. Wir müssen uns ja recht viel rumbauen. Was wir machen müssen, ist einerseits hoffen, dass unser Spawn also wirklich freigelegt ist. Wenn ja, sofort eine Brücke mit einem Dach und Seitenstreifen an uns dran. Dass wenn der Drache auf uns zufliegt... Ja, es wird chill. Ja, okay, ja, okay, ja. Es ist eigentlich reines RNG, ob unsere Spawnfläche, das Obsidian-Ding, höher gelegt ist als dieser Bedrock-Brunnen. Ey, das wird echt eine Master-Aufgabe. Egal, was passiert. Es ist unfassbar gut, was wir bis dato geschafft haben. Und würde sagen, wenn ihr bereit seid, dann... Wenn du bereit bist, sind wir bereit. Ich bin sowas von bereit. Drei, zwei, drei, zwei, eins, rein! Los, los! Und? Es lädt bei mir noch. Okay, wir machen ganz kurz einen kleinen Cut. Ja, der Cut ist vorbei. Fragt nicht, was passiert ist. Ich sag mal so, wir hatten ein paar Probleme mit der Dimension. Jungs, wir sind auf Höhe 49. Kannst du dich rausbauen? Ich kann nicht meine Decke aufmachen. Oh mein Gott. Dann müssen wir halt drauf... Das ist ja trotzdem possible. Wir müssen halt im bestimmten Fall hoffen, dass wir Stellen haben, wo es halt der Boden nicht so hoch ist. Oder halt von außen. Wir müssen uns halt... Ja, eben. Oder von außen. Wenn ich mich jetzt hier hochgrabe, kann ich dann die... Ich kann die Welt nicht sehen. Oh boy. Ich kann ja nicht mal Bedrock sehen. Nur müssen wir es halt echt außen rum probieren, ne? Wir müssen. Das ist unsere einzige Option. Wir haben, glaube ich, den schlechtesten Spawn, den man hätte bekommen können. Hinter unserer Spawnfläche muss es ja Void sein. Da ist doch frei. Ja, ja, stimmt schon. Und da müssen wir aber jetzt durchziehen. Weil dann wird der Drache gar gut auf uns drauf fliegen. Deswegen sollten wir... Eigentlich müsste einer mit Endstone an den Seiten was hinmachen. Ich mache hier zwei Stacks hin. Und einer auf die Decke. Und ich mache den Boden. Und der Boden dann auch aus Endstone. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen steh. Mein Spitzack ist fast kaputt. Ja, hier. Ich glaube, Schilden bringt bei ihm. Ich denke, es ist nicht. Ja, Jungs, das ist hier halt echt. Gar nicht. Aber guck mal, wir könnten hier an der Seite vom Endtraveln. Er kommt, er kommt, er kommt. Er schießt auf euch, er schießt auf euch. Die. Oh, einher. Dick. Wir sollten jetzt eigentlich drauf zulaufen und erstmal alle Türme, die wir jetzt hier erreichen können, abschießen. Und soweit er kommt, rennen wir weg. Das ist der Plan. Wie viele Endermänner da jetzt überhaupt sind? Oh mein Gott. Sieht echt ganz schlimm aus. Ich glaube, ihr purtcht gerade in die Mitte. Wir haben echt Zeit eigentlich gerade. Ich glaube, wir sind noch zu weit weg. Das sind halt insane schwierige Schüsse. Drache kommt. Ich habe jetzt eher Angst um den Drachen gerade. Wie wir zu drittst, so richtig ängstlich. Wo ist er? Der Enderman. Über uns, oder was? Sag auf mich. Oh, Drache ist über uns. Der ist direkt über uns. Oh Gott. Alles gut, wir... Oh Gott. Oh mein Gott. Haben wir Endstone? Wir wollen noch nicht Endstone. Ich rede einfach... Ciao, ciao! Dicker... Ciao! Ciao! Ohne Weg dran! Ich kann so heiß. Ich habe den ersten. Ich habe den ersten getroffen. Oh mein Gott. Also ich würde einfach mich mal links um den... Also um die linke Seite kümmern. Ich würde mich dort lang bauen. Er ist gerade in der Mitte. Oh, ich habe einen. Der ist kaputt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meinst du, bauen ist safe? Naja, eigentlich nicht. Aber wir müssen ja. Ansonsten treffen wir ja nicht. Also ich glaube, von da kannst du aber auch recht gut treffen. Eigentlich schon, ne? Den tiefen. Aber ich kriege den nicht. Jetzt habe ich ihn. Jetzt. Gut, dann haben wir aktuell drei Türme, ne? Ich meine, wir müssen es positiv sehen. Aber natürlich ist es gaff, ne? Dass wir halt überhaupt nicht durch die Mitte können. Ich mache mir immer so eine kleine Safe-Räume, wo, wenn er auf mich fliegen sollte, dass ich schnell einen Block placen kann und dann... Ja, der ist weg, der ist weg. Alter. Dann haben wir wie viel? Vier. Hab den? Den einen kurzen. Oh, den ganz kleinen? Denkst du, da gibt es hier noch irgendwas zu treffen? Ja, den links daneben, den kriege ich auch noch. Self-Core. Okay, da ist Heiko hier links von uns. Oh, Heiko ist da. Ja. Da haben wir auch meinen Weg rausgefunden. Er perched gerade, by the way. Ist der weg? Ich glaube, Heiko hat den, oder? Der ist weg, ne? Okay. Crazy go! Also, haben wir nicht den äußeren... Also, haben wir jetzt nicht den kompletten Halbkreis? Haben wir doch erledigt, glaube ich, oder? Wir müssen jetzt nur noch in Richtung Heiko weiter und dann... Ich sage euch aber so, ich meine... Also, mein Bogen sieht noch richtig gut aus, Durability-mäßig. Unbreaking Infinity ist so crazy. Also, wir können ja mal anfangen zu damagen. Mal gucken, wie viel er healt oder was. Oh mein Gott, das war so close. Der Drache, oder? Nein, der Gitter. Ich glaube, ich bekomme den. Ey, der Drache fliegt mich ultra eklig an die ganze Zeit. Hab ihn. What? Der na... Holy shit. Insane. Den mit Gitter? Ja. Ja, dann schaffst du den anderen vielleicht auch den anderen Gitter. Das ist halt ein richtiger Hoffnungsschimmer jetzt hier mal, den wir brauchen. Das heißt, wir kriegen alle Türme weg und das heißt, es ist möglich. Auf jeden Fall. Oh Gott, wie nahe noch nicht. Das ist viel zu weit, oder? Weiß ich nicht. Also, meine kommen auf jeden Fall zu kurz von mir aus. Bei so schlecht sieht es... Also, meine ist drei Blöcke zu kurz oder so. Oh Gott, ich bin tot. Nein. Ich bin dead. Doch, 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 doch. Oh mein Gott. Nein, warum ist das? Dragon's Breath in my face. Ich konnte nur irgendwo hin. Ich habe es sauer gemacht. Wir waren aber auch so am Limit unterwegs. Die ganze Zeit. Nein, wir waren die ganze Zeit halt eins vor sterben. Es hätten noch zwei Stück gefehlt, Jungs. Also, dieser eine Hoh und der Gitter. Das waren die letzten. Nein! 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 Nein!